Warum Vangelis Pavlidis die beste Lösung für Eintracht Frankfurt ist. Die SGE braucht dringend einen neuen Stürmer. Da erzähle ich niemanden etwas Neues und aufgrund der mangelnden Torgefallen dieser Saison bis hierhin, liegt es nahe, dass man da wohl schon im Winter aktiv werden wird, beziehungsweise eigentlich auch aktiv werden muss. Und der, wie ich finde, aktuell spannendste Name für Eintracht Frankfurt ist Vangelis Pavlidis, welcher laut der Frankfurter Rundschau zum Kandidatenkreis auf der Liste möglicher Stürmer für Eintracht Frankfurt steht. Pavlidis ist noch bis 2025 an AZ Alkmaar gebunden und hat einen Marktwert von 14 Millionen Euro. Sein Berater Volker Struth, übrigens einer, der zu SGE sehr gute Kontakte pflegt, denn er berät ja unter anderem auch Kevin Trapp und Mario Götze. Von daher dürfte der Draht hier auch schon mal recht kurz sein. Besonders interessant macht Pavlidis aber vor allem auch, dass er sich in seiner bisherigen Karriere konstant von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hat, ohne dabei größere Dellen erlitten zu haben. Er spielt gerade seine fünfte Saison in Folge, wo er mehr als 10 Tore erzielen wird und das mit Blick darauf, dass er 24 Jahre alt ist, ist schon eine sehr gute Bilanz. In seinen bisherigen 138 Spielen in der niederländischen Liga brachte er es auf 91 direkte Torbeteiligungen und auch international, was die Conference League inklusive Qualifikation angeht, tagte sich mit 21 Torbeteiligungen in 26 Spielen ebenfalls sehr torgefährlich. Besonders stark war übrigens auch die letzte Saison, wo er einfach mal in 40 Pflichtspielen 22 Tore erzielen und 14 weitere auflegen konnte. Eine Quote, wo er auch in dieser Saison weiter dran anknüpft, denn da liegt er nach 12 Pflichtspielen bei 9 Toren und 3 Vorlagen. Also was den Output gepaart mit seiner Konstanz angeht, sprechen wir hier von einem Spieler, der definitiv interessant für Eintracht Frankfurt ist. Dazu ist er mit seinen 24 bzw. 25 Jahren dann im Winter noch jung genug, um einen gewissen Weiterverkaufswert erzeugen zu können. Klar ist aber auch, dass er natürlich nicht allzu günstig werden wird, aber mit Blick auf seinen aktuellen Marktwert und der Tatsache, dass sein Vertrag nicht wie bei vielen anderen Kandidaten super langfristig läuft, sondern nur bis 2025, dürfte der potenzielle Preis hier mutmaßlich im finanzierbaren Bereich liegen. Wenn ich schätzen müsste, würde ich aber schon ca. so mit 20 Millionen Euro rechnen. Was aber mit Blick auf seine bisher gezeigten Leistungen und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er sofort weiterhelfen kann, meiner Meinung nach wert wäre. Er passt für mich von allen Kandidaten, stand jetzt am besten ins gesuchte Anforderungsprofil, also was Scoring Power, Entwicklungsweiterverkaufspotenzial, Soforthilfe und mögliche Finanzierbarkeit angeht. Deswegen mein Fazit, Vangelis Pavlidis muss bei Markus Kröscher eigentlich ziemlich weit oben auf der Liste stehen. Oder wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Pavlidis und einen möglichen Wechsel zu Eintracht Frankfurt in die Kommentare. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.